Moin Leute, was geht? Ich zeige euch heute, wo ihr in den ersten 2-3 Minuten das beste Schwert fürs Early Game bekommt. Ihr startet ja normalerweise hier, ihr kommt da vorne raus, habt hier euer erstes Grace, eure erste Gnade am Start des Spiels und würdet dann theoretisch weiter nach oben gehen, bis hierhin, bis ihr euer Pferd bekommt. Und das braucht ihr gar nicht machen. Wenn ihr hier rauskommt aus eurem Verlies, dann geht ihr nach rechts, nach Osten und dann hier nach Süden, bis zu Ruinen an der Küste. Und dann, 2 Meter weiter, findet ihr das Schwert. Ich zeige euch jetzt, wie ihr da hinkommt. Wenn ihr da schon wart, dann könnt ihr euch da einfach hin teleportieren, ansonsten würde ich den Weg jetzt einmal reiten, damit ihr seht, der Weg ist relativ easy. Wer das Reiten nicht sehen will, kann er einfach eine Minute vorskippen, das dauert in der Regel nicht lange. Ihr reitet einfach ein bisschen nach Osten, hier runter und dann hier an dieser Schlucht entlang. Man sieht die ganze Zeit so Ost-Südlich. Ich habe mir das da vorne schon markiert. So, hier an den Pfeilern vorbei. Oh, fast runtergefallen. Und dann habt ihr hier auf der rechten Seite, habt ihr die Gnade. Ja? Und von der Gnade aus, ich mache das mal zu Fuß, geht ihr hier lang. Hier lang, wo ich markiert habe. Und dann seht ihr hier schon so einen riesen Bogen. Und unter dem Bogen findet ihr Jura. Jura sieht man auch später im Spiel, aber hier seht ihr ihn das erste Mal. Ja? Hier ist Jura. Und wenn ihr mit dem redet, das ist eigentlich alles interessant, was ihr machen müsst, ist jetzt Jura besiegen. Dafür habt ihr ja da vorne direkt die Gnade, also das solltet ihr eigentlich easy packen. Ich habe jetzt das Glück, ich bin schon in New Game Plus. Ich gebe dem einfach so einen Strahl und dann ist er tot. So, und dann kriegt ihr das Naga Kiba Schwert. Und das ist für alle, die gerade den Samurai am Anfang nehmen, was ja viele sind, ein richtig geiles Schwert. Ihr braucht 18 Stärke, 22 Geschicklichkeit. Ist schon ein bisschen viel Farming, klar. Aber guckt mal bitte, was ihr hier für ein geiles Samurai Schwert bekommt. Nur mal viel besser als das Uchi Katana. Viel mehr Range und ein richtig geiles Moveset. R1 Standard R2 Bohrender Reißzahn Und dann noch zweihändig. Und damit haut ihr richtig Schaden raus. Und was hat der für eine Spezialattacke? Zack! Da haut der richtig Schaden raus. Also Leute, so kriegt ihr das Schwert. Wenn ihr in Zukunft noch mehr sehen wollt von sowas, dann bitte Like, Kommentar und folgt dem Kanal. Bis dann, haut rein!